Habt ihr einen Win Gold, Bro? Ja. Great job. Du bist auch ein Öler. In jedem Spiel, Willi, Mann, ich schwör. Er ist zu, er ist zu krank, er ist zu krank. Tch, 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 tch. Ich muss Minis poppen. Ich wurde krass Gläser. Nein! Digga, Real Talk, das war nicht mal schlecht gemacht, Digga. Das war nicht mal schlecht gemacht, ich schwör es euch. Geh aufm Refresh, geh aufm Refresh. Wir sind beide krass, wenn man noch zuschaut. Nein, Noah. Wir sind so diese Fortnite-Spieler, die gut werden wollen, es aber nicht zählich. Lass uns jetzt einmal Squat spielen. Ja, nach der Runde. Ich hab schon nach dir gefragt. Nach der Runde können wir Squat. Okay. Warte, Noah, sind wir Freunde, Noah? Ähm, weiss ich nicht. Warte, add mich sonst einfach? Oder doch, warte, ich glaub schon. Wir haben doch... Ich hab Neun an. Okay, dann add... Kannst du mir kurz adden? Noah-Okafach einfach. Ja, warte mal, du kriegst jetzt sicher viele Anrichten. Ey, Noah, dein Bruder ist zu denen gewechselt, ne? Der ganz Kleine, ja. Ihr seid so eine talentierte Familie, einfach alle reich. Ich spiel doch mit Aqua, ja. Wo der muss jetzt einfach... Er ist noch sehr jung, weisst du, der muss jetzt einfach Gas geben. Sehr. Aber ist der Internat, oder was ist er? Ähm, ja, da ist so... Ist viel Internat, so Gasfamilie, wo alle... Die haben so wie... Also zwei, drei Aufsichtspersonen. Und dann so die Spieler, wo... So obendran so Zimmer haben. Okay, okay. Mit so zwei Räumen, zwei Witz, weiss... Wie eine kleine Wohnung einfach. Aber meine Eltern, eins von meinen Eltern ist immer wieder da, weisst du. Weil er ist dann noch nicht... Er ist jetzt 16. Wie soll... Warte, mein kleiner Bruder, wie kann ich ihn in den Disco ziehen? Geht das irgendwie? Ich komme... Ja, warte. Elia, kannst du... Kannst du ihn hochziehen? Er ist gut. Er ist mein Bruder, spielt krass vor Ort. Er ist nicht der ganz kleine, der andere. Obwohl, ich komme null draus mit Disco, gell. Gestern ich und Karim haben uns zwei Stunden probiert. Ich und Fonzi haben uns zwei schon versucht einzuladen. Scheiße, Alter. Ich habe ihn aber kaputt gemacht im Fifa, hast du gesehen? Äh... Ja, wir sind ja auch geisterkalker Fifa-Spieler. Gangen Willi, sie... Sie streamen? Hä? Und er schrieb, Ausrufezeichen, Discord, DC. Aus... Was hast du gleich gesagt? Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Hahahaha. 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 Leck meine Eier. Du hast mal bester Youngster gewonnen in der Schweiz. Du fährst doch dieses Jahr zur WM. Ja. Das ist gerade vorher bekannt geworden. Ich habe gerade ein Bildchen gemacht. Er ist da drin. Okay, Willi, das ist mein... Du hast das Bild jetzt gesehen. Der Link, nicht der, der auch streamt, sondern der andere. Der ganz kleine. Nein, nein, der mittlere. Der spielt aber auch Fussball. Ah, der hat eine Freundin, ne? Genau, ja. Und er spielt bei Basel, ne? Ja. Ich bin rechtsverteidigender 21. Aha. Wie Willi. Konkurrenz, Bruder. Hahahaha. Aber ich wechsle Leipzig. Red Bull. Hahahaha. Leipzig kann doch nicht einladen. Leipzig wäre krass. Bäh, Bruder. Aber dann muss ich irgendwann mal auch gut werden in Fussball. Warte. 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 Ich zeig dir, dass ich mich noch einladen. Bist du noch am streamen? Warte, ich seh dich. Ja, ja. Ja, Jungs, ich zeig euch mal eins. Ich fick eure Sprache, ne? Lernen wir hoch. Ja, ich kann gut hochdeutsch sprechen. Hahahaha. Bärin. Ihr seid zwei Macher mit euch. Wurde es alles so kompliziert. Reden die Frauen eigentlich auch so bei euch? Ja. Ne, die reden dann hochdeutsch. Ja, aber so unter sich. Guck mal, das ist doch dann so... Findest du das Wort jetzt aus deiner Perspektive geil? Doch, ich weiß nicht. Also, ich hab viele Kollegen, die finden das sogar geiler. Wirklich. Was? Wenn die so sprechen? Ja, ja, ja. For real, gibt's echt Leute. Ich muss sagen, Chad, Omid-Videos echt underrated. Omid? Ja. Ja, safe, Digga. Er ist so traurig, dass er so wenig Aufmerksamkeit bekommt. Digga, das ist, was der Mann wirklich macht da, ne? Und er macht alles selber, ne? Ja, ja. Hast du mal gesehen, wo er in so einem Superladen, äh, Supermarkt war? Ja, erzähl mir doch. Wie er diesen Text vorgelesen hat. Ja, ja. Das ist dumm. Ich schwör. Er ist echt dumm. Er ist echt hängengeblieben. Das war ein Knacks, Digga. Der hat einfach mit einer Ratte zusammengelebt. Nein. Der hatte eine Ratte in sein Studentenheim und hat sie einfach da leben lassen. Hey. Oh, Mehmet. Bist du im Chat, Mehmet? Mein Bruder, hab nicht gesehen. Sorry. Wir haben mit einer Ratte gelebt. Wir zucken so. Er sagt so, ey, ich glaub bei mir ist hier grad eine Ratte vorbeigelaufen. Was? So, jetzt hättest du mich sehen, oder? Ah, Jungs. Let's go. Ah, wirklich. Super. Jetzt holen wir einen Win. Safe. So, jetzt geh mal auf die Brät, damit wir in der Runde stehen. Endlich, ihr Dummköpfe. Oka-Force. Ihr spielt beide auf PC, ne? Ja, ja. Beide cracked. Willi, wann habt ihr das nächste Spiel? Hm, am Sonntag. Sonntag gegen? Meppen. In Meppen. Sagt ihr sicher was, ne? Nein, gar nicht. Ja, ass. Immer noch Vorbereitung. Nein, nein, schon Liga, Bruder. In Deutschland ist bisschen, ja. Ja, wir haben acht Wochen Vorbereitung. Ja, acht Wochen Vorbereitung ist pure Qual. Das ist so Qual. Ist Formel 1 geil, Willi? Super Spiel. Superspiel. Formel 1. Ich muss eigentlich auch Formel 1 trainieren, Alter. Aber das ist nix für Noah. Er spielt nur FIFA. Eigentlich. Aber Lenkradaufwahl ist nicht schwer. Ja, aber das Ding ist, ich muss dann wieder die ganze Empfindlichkeit und so alles so drauf machen, weil das lenkt ja. Wer ist das Beste von euch zwei? Ähm... Ward oder Willi? Ja, noch nie zu ihm gespielt. Ah, ja, Lasher. Fick den Lasher. Yes. Warte, der hat eine Waffe sicher. Ja, gib mir da seine Waffe. Ich hab nichts. Willi, ich bin gleich in Wincy, ne? Gib meinen besten Bruder. Hast du Blue Life, Ruard? Ja, Mann. Hat jemand Blue Life von euch? Ich nicht. Ich nicht. Brennt euch die Pizza. Habt ihr gesehen, das neue Feature, also das neue Item, die Pizza? Ja, ja, ja. So krass. Aber noch nie gejustet. Die ist so krass. Ich bin mit dir, Ruard. Warum baut's nicht? Wow, wow, voll. Ich muss tippen. Wo ist denn der? Wer weiss, was hier gerade passiert? Digga, was ist das dritte Weltkrieg? Bro! Bro! Ja, ich weiss, weil ich hab so einen Stick noch nicht. Digga, Hilfe! Das ist ganz schlimm. Leise, danke, Bro. Digga, das war ja gerade geisteskrank. Ey, Mann. Ich hab keine Meds, Bro. Oh mein Gott! Oh, ist der weg! Du hast mich gerettet, ich hab 10 AP. Leute, hier. Gönnt euch. Kommt, hier, kommt zu mir, kommt zu mir, kommt zu mir. Alle zu mir. Gönnt euch. Sonst noch eine Pizza. Alles gut, alles gut. Ey, feiert ihr Central Sea? Wasser, oh mein Gott. Wer macht diese... Ich muss spawnen, ich muss spawnen, ich hab keinen Bills. Ihr müsst spawnen, ihr bloß... Ich hab keine Bills. Ich auch nicht. Ja, ich bin... Ich halte, ich halte Glück. Kommt hinten weg, komm raus, komm weg, komm weg. Hey, ich komm nicht raus, ich komm nicht raus. Hey, ah! Ja! Yes, oh mein Gott. Boah, du hast wieder mein Leben gerettet, gell? Was, ein Team-Chat. Leute, Leute, ich brauch Hilfe. Ich komm, ich komm, kein Problem. Leute, Leute, ich brauch Hilfe. Bei mir. Ey, keine Munition, nichts. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Digga, ich... 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 Ey, bitte! Oha! Boah, lass dich krank. So eine Nervensäge, so eine Nervensäge. Das Spiel ist krass. Wir haben es verstanden, Alter. Das ist der Dumm. Er wird so deinen Arsch jagen. Sturm schalten, blockieren. Welche Sprache findest du am attraktivsten? Ich. Ja. Ich glaube Französisch. Französisch ist so purer Sex oder wenn einer mit mir Spanisch spricht und ich nicht weiß, ob sie mich beleidigt oder ob sie mich geifft. Oder ob sie mir Komplimente gibt, Alter. Sie können meine komplette Familie tot und gleich für sexy finden. Ja, so geil. Spanisch ist aber auch manchmal so... Ich habe eine Spanischhörerin... Die hätte auch sein können, dass die Uwe heißt und Lkw fährt. Ich finde es richtig lustig, wenn die Italiener bleiben, Alter. Aber die reden dann so richtig schnell in Rage. Nie, Salvi. Er leistet sich auch die Karte. ja genau wenn der olga nicht so ist die mutter von meinem kollegen muss so leiden in der schule ich wollte meine zeit lang richtig lernen leise lernen es schon alle die karte leute man nennt mich auch rucksack machte da gar keinen stress start braun indisch anders attraktiv einer zu viel bollywood geschaut ist der doof bikanfrauen zu heftig bikanfrauen sind mega aber die fast bei jugos ist immer so inzucht weißt du jugo frauen stehen nur auf jugos mit einer disco erhose irgendwelchen gucci schuhen und noch eine icon cap richtung 190 ich lande und habe gerade umgebracht keine merke jetzt anschaffen leiter ist der dumm kann nämlich nicht mehr finesse deutsch auch sehr sexy finde ich nicht oder zwei der man will ich gibt die war ein monat ich wollte die ganze augen würde das alleine holst ich war für dich ein monat was du willst aber dann kam der bruder ins spiel der gehilfe sie jetzt weiß gar nicht wie das gerade abging weg war ich hatte dich die euro hat das versuch es ging guckt ihr guckt ihr beide roto fertig ja klar dass ich sagen kann dass ich fertig bin und was ist euer lieblingsanime roto wird roto ich würde mit one piece gehen ja one piece will ich auch auf der schau aber an den zweiten geschaut die kurze aber noch nicht ganz also noch nicht aber ich sag trotzdem attack and titan ist geil aber es kommt nicht über one piece one piece so eine lange story hat und so viel qualität noch ist das one piece das habe ich noch nicht geschaut ist das mit lauf und so rausgegangen wie die kommt in die lobby zurück one piece soll geisteskrank sein es ist auch geisteskrank klar nummer eins ist naruto und attack on titan für mich das ding ist ich liebe halt bei naruto die charakter sagt sich aber one piece muss ich auch unbedingt schauen was sagt ihr denn ist euer normales euer normaler game of thrones findest du ja normal obwohl die am ende reingeschossen also was ich am meisten fühle einfach gesagt angenommen ich spiele die haben einfach ganz kurz die ganze scheiße so beendet weißt du ja das hätte man viel epischer machen können ja meine normale also prison break habe ich am meisten gefühlt glaube ich die character und sowas als die zweite staffel als sie ausgebrochen sind alter und auf der flucht waren ich habe noch nie so viel mitgeführt ja ich glaube ich mache oder bei bei skiller als alle karten rein liegt dieser baddest moment wusstest du dass der schwul ist in real life ja ja deswegen wir auch nicht die sechste staffel machen weil er schwul ist was redet ihr dann weil er ein ding spielt weil er dann ja ein hetero typen spielt und das will er nicht wie hat er deswegen will er die sechste nicht machen jetzt real talk ja ist so ich eigentlich schon sechs straffeln einen hetero das ist doch so sein job davor war er hetero ach so ach so sie sagt du you love me versteht ihr schweizer deutsch schweizer deutsch nicht schweizer deutsch also doch aber ist das so schlimm so schlimm ist nicht aber es ist schwieriger als normal also safe wie schwer als normales deutsch aber ihr versteht ihr versteht uns ja leicht ne ja ja ganz einfach mal hier in der schule wir müssen hochdeutsch sprechen bei mir sind welche auch noch kurz habe ich genug metz ich komme direkt rüber wird sehr eng bin jetzt an einem fenster egal von da kommt ihr klar kann man vielleicht rum ich bin weg ich bin weg ich bin weg ich habe nichts zu hier und ich bin sonst tot was ist denn hier los keine metz habe ich irgendwas zu hier und ich bin ja komm ich bin so wastet du bist du edna schweizer deutschili ja klar das ist das gleiche wenn du zu mir sagst sprich mal spanisch nehm das keine metz so ist einer bei euch bei mir in der nähe flüssig türkisch ja ja verstehen ja mir im brixx wow man hat jemand green life ja so klatsch keine chance bruder man digga ja okay geil 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 what wow yes auf meinigsten snipe hast du es auch tätet viel zu bohnen losquarts ja 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 wenn du das schaffst ne ja hinten das bläsch ist gerade wow der was ist da los will die einmal reinhalten da starke leise haben ich habe ich habe viel oh 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 yeah weg bau 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 ha.. kein metz die bezappel η baum abbauen das wenigstens die tiefen metz können gut ja der ja du was ist so schwer man zu Man spielt die gegen Bayern im 16. Februar gegen Bayern. Ich hab so Kopfschmerzen, das glaubt ihr gar nicht, ne? Ja, Mann. Ich hasse das. Mach ihn weg, mach ihn weg. Warte. Mein Name ist Anneli Chopper. Tschüss. Wow. Ey, Jungs, ihr müsst, glaube ich, rauskommen. Letztens bin ich von mir eingepennt. Um ein Uhr bin ich um 15 Uhr aufgestanden. Was? Ja, ich hab hohen los. Bro, das ist too much, ne? Das ist echt too much. Was, du bist 18 Uhr schlafen gegangen und um 15 Uhr aufgestanden. Was? Nein, ich bin um ein Uhr eingegangen und um 15 Uhr aufgestanden. Aha. Oha. 14 Stunden. Ja. Oha, niemals. Nicht einmal viel Geld würd ich so etwas tun. Digga, 15 Stunden, weißt du, wie ich mich hätte... Bruder, da verpasst du doch den ganzen Tag. Du stehst auf und kannst eigentlich gerade im Bett bleiben. Digga, manchmal... Digga, ich schwör, Silvie Meiss, ne? Chatt nach der Runde geben wir FIFA. Gibt ja ein Pack-Opening. Boah, Digga, Silvie Meiss. Hoffe ich ziehen dann. Wer ist das? Das wär so geil. Du kennst nicht Silvie Meiss? Nee. Wo ist sie denn aktiv? Wie? Wo ist die denn aktiv? Lebst du auf dem... Äh? Junge. Digga, du bist so ein Spaß, Junge. Ich mein, das... Macht die irgendwas im Fernsehen? Egal, was sie macht. Sie macht was im Fernsehen. Sie ist... Also, keine Ahnung. Geht... Die ist ja... Also, die ist im Fernsehen ja so, glaube ich, jetzt unterwegs. Ja, Digga, ich hab fünf Jahre lang kein Fernsehen geguckt. Ja, Bruder, ich guck sie mir jetzt auch nicht im Fernsehen an, aber... Bro, Mann, ich glaub, der BFUCK. Kennst du echt nicht Silvie? Vielleicht, wenn ich sie sehe. Ich bin nicht gut, ich wär so sauer gewesen. Nee, ist schlecht, Alter. Brennt die ganze Hütte hier. Wie gut, Chat? Eins bis zehn? Ganz unten ist einer. Ich pressure den. Digga, was ist hier los, Junge? Digga, das ist... Was ist hier los, Junge? Das ist so geil. Das sind alle Freaks, Mann. Warum steht hier sieben von... Nee, sie ist in meinen Augen eine Zehn von Zehn. Zehn von Zehn, wenn mir ein Eis geht... Ist der dumm? Vielleicht, Mann, du bist krank, Bruder. Ich muss sie jetzt googeln. Find ich da den Rachts, Rachts. Silvie was, Mais? Silvie Mais. Ey, wie dumm. Schick dir jetzt mal ein Bild von ihr. Eins, warte. Egal. Ui, ui, ui. Doch, ich kenn sie doch. Schau dir mal das Bild an. Sie ist schon alt, oder? Was heißt hier alt? Hey, jetzt, Hallo. Spielt ihr noch eine Runde? Ich geh jetzt FIFA, PAX, ZIHN. Ey, ich bin durch. Ich bin auch durch. Ich bin durch mit meinem Leben. Ich spiele Solo Squad. Ey, Jungs, war mir eine abstinente Ehre. Wo hat Kuss, 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 Kuss. Jungs, hat Spaß gemacht. Ciao. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüssi. Ciao, ciao. Tschüssi.